Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Short Video auf meinem Kanal. An dieser Stelle möchte ich euch zeigen, welche Items ihr euch als Zerstörungshexenmeister als erstes für die verwirrende Dinare des Kartells kaufen solltet. Nummer 1, ihr findet die Händler übrigens an dieser Stelle ab dem 17.8. Nummer 1, falls noch nicht gedroppt natürlich, ansonsten könnt ihr euch andere Sachen holen. Ihr wollt unbedingt haben Antumbra, Schatten des Kosmos, stärkste Waffe für euch. An zweiter Stelle geht ihr nach Schloss Natria und dort könnt ihr euch dann, beziehungsweise geht ihr zum Händler für Schloss Natria und dort bekommt ihr das tolle Trinket-Gesangbuch des Kabbalisten, sehr sehr stark. Plus als letztes wählt ihr aus dem Sanktum der Herrschaft vom Boss Überrest von Nersul die Schattenkugel der Qual aus.